und damit sein grüßes mein zwang genommen habe jetzt nicht nur zu einem neuen netztest wir spielen Cats and the other lives ist die nächstes fest wisst Bescheid ich muss mal die Option anpassen ok na dann starten wir ein neues Spiel starten wir rein in den Spielspaß schau mal was Katzen und andere leben und sollte hier im netztest bringen Profilname es war hier es war hier es war hier es war hier nur diese Zeit In This House Creepy The material shape Aspen 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 Here Come here Pss pss Genau Pss 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 Da müssen wir ganz schnell hin Pss 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 Wicken wir hier nicht schön. Das können wir gar nicht. Wir müssen auf ihn reagieren. Verdammt. Puts, Puts. Smart Cat. Okay, da sind auch Snacks. Snacks. Oh, Joga fett. Was? Hast du mir gerade fett genannt? Ey. Ach du Scheiße. Du wirst dich ja. Hold left mouse button. To auto move. Beehaltigung findet hier wahrscheinlich statt. Die Regen jetzt rücks. Ich schleiche mich um den... Ich reibe meinen Geruch an den... Kleiderständer. So zu lecken erstmal. Ih, Wasser. Nicht berühren. Eine Tür kratzt. Ich will wieder raus, ich will wieder raus, ich will wieder raus. Exakt so. Können wir etwas runterwerfen? Wie ohne realistisch. Kann ich den Kerzen schon noch unterwerfen? Und mich hier hoch schwingen und an der Pistole... an dem Gewehr aufhängen und es dann... Ich kann da runterrollen. Das Gewehr runterreißen, während ich mich da festhänge. Als Katze. Jetzt schon sehr unterherriss das Spiel. Passate allem. My condolences. Thanks so. Thank you very much. He will be missed. He will. I am sorry for your loss in Won. I've only seen that man twice, but... Oh, I see. At least. Thank you. Grandpa's departure left a road in our souls. That show shall never truly hear. Adeline, we'll talk about this data. It's... Eddie, mom. Leave the kid alone, Shannon. Honestly. I can't say that we've given constant praise towards man-era. Learning how and when to have behalf is a different... Ahem. Sorry to interrupt the annual immersion family discourse. But this may not be the right time, honey. Okay. Wonder if Uncle Lyme... Okay. Merke ich doch was. Aspen can sense things occurring in other rooms of the mansion. Okay, ja. Hier spüre ich doch was. Ich will auch nicht auf den Sarg springen und die Lächelskatzen. Typische Katzenlinge. Was kann es denn so tun? Was kann es denn so tun? Hier muss es doch irgendwo sein. Hier haben wir doch gerade was gespürt. Und der Fernseher. Jetzt wird es gruselig. Oder was? Oha. Geister. Da sehen wir es. Jetzt können Geister sehen. Naam. Naam. Is that you? Naam. Saam. I almost didn't recognize you... ...without Whiskey bottle in your hand. Naam. Naam. You know, I hate that smell. Do you really have to smoke it down here? Bespoke, Miss Gestapo. I thought you were a liberal shame. And you, I told you before, my study is off limits. Something in his eyes. Well, there is something in his eyes. I wish we shared the same miserable existence. But I guess you are simply luckier than the doctor. So, there. That's right to read. Look at the cat, I wonder what she sees. what the hell is that? Whatever a mess. Let me help at the cat. What can I help you? What a mess. What a mess. What a mess. Also, danke. Oha. Close-ups like this can be visited and at the... Okay. Kann immer noch nix runter werden. Das kann erlös. Noch nix kaputt gemacht. So, verkratzen. So. 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 das muss doch nicht aufhalten den Sarg drauf was runterwerfen Ok Demo-Augenschaften Rest in peace, dear Bernard Ok, jetzt muss ich es nochmal lesen können. Why isn't old Dawn standing here with us? Because she is our hero. Hehe, we don't have to call her that. Just because your mother does so we know. Are you proud of your work, Shane? Look at her. Just look at what she is willing to awake. My son just making a heavier assumption that's all. I think she looks cool. Of course you do. I'm in the car. Maybe this car is coming together, right? I'm going to go back and look at the horror movie. I'm going to go back and see. Kannst du den Accountant nennen? Was zu hören. Raus. Oha. Sieht so schlimm aus. Das Hausloops Mount Crypt. Irgendwie. Wappenzweck. Das ist die Ratze. Bekäse. So. Ne. Noben werfen. Früher reichen wir nicht. So. 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 Oha. So. So. So... Ich kann nicht lesen. Willkommen zu den Menschen, die immer wieder in den ... Ich kann nicht lesen. Die Menschen. Oh, ha. Ha. Ich habe dich. Ich habe zurück in die Menschen gebracht. Ach du Schande. Ich kann die Horea loose gehen. Kann ich bitte, Dr. Kat? Du hast eine Klaas-3-4-Allergie. Nein, ich bin nicht. Mr. Henniger. Ist das du? Bitte, es ist Karl. Nein, der lebt es sich. Mein Gott. Wie lange hast du es? Schande. Meine Kondolanz. Für dich, auch Karl. Wie hast du es? Du. 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 Ich wusste, dass du zurückkommst. Frau Nuno hat mir bald gesagt. Frau Nunes. Kannst du bitte die Mutter und die Mutter zu dem Dining Hall? Ja, ein bisschen was ging dann oder was? Wenn ja. Senora. Du. 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 This is the wait room. Is he in there? Would you like to see him? No, no, I can't. I mean, I've always found the ritual. Let's see. Through the great wall there. Kerze, as always, makes something different and juckt. Juckt eh not for what happens. It's more just tofällig. Mr. Tulford. Also, I'm not going to read. I'm not going to read. I'm not going to read. Mr. Tulford. I'm not going to read. No, I'm not going to read. Das Programm endet. Good information. We have just confirmed Bernard Manson. Bernard is on the news. Of the known defund machine mining, co-regarded by some to be a weak reserve member. Of the cold controlled reality, the source of many local rumours. Passed away at the age of 71 after a two-day battle of lung cancer. No, it goes. Ah, okay. She had one of the most important persons. That's why they were in the news. The Manson family also recognized by the public buildings. They have granted to the service of the community. The Manson community had been under the spot dead a couple of times in past decades. Including the financial valley disaster and the mysterious disappearance of Thomas Mason. Mike, who says here of Mr. Bernard Manson, of course. Heads off to... ... ... ... ... ... ... Let's spend it No way I could almost swim in this puddle. Don't you have any plans about it? Sorry, ma'am, but that's the history of the puddle. It's the government's reservation Can't believe that I'm back in this place I'm the enemy of the puddle You beat it, Philbo What is this? Cafe Senor A guest No problem Hey, I'm going through I'm going through Grazie Ah, very nice I can hit something Whatever I'm going through schön rumtunen während sie es macht noch ein bisschen rumtunen wo kommen wir hier hin Eddie Have you seen this? No Can you go now? Look Uncle Thomas is here Funny We call him Uncle but he looks your age Look at the date of the newspaper dummy Diner sauce was still ruling the earth and this was printed Oh I forgot you couldn't read und du vergisst dass das aus Dinosauriern geschrieben wurde sehr wahrscheinlich we can sometimes it's just it's just hard to wait und 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 ich Er ist nicht möglich, dass der Inzidenz auf den Inzidenz ist. Thomas ist bekannt, als Götzlöck und ein Gentleman. Amt his friends, where animus sources closely acquainted with the family have bought attention to a possible connection between the previous departure of Bernard Mergen and this recent Was ist Aspen? Vogel. Ich denke, ich bin dein Gehrtanker. Ich denke, ich bin dein Gehrtanker. Und da ist ein Vogel draußen. So kann ich nicht kettisch sprechen. Vogel. Kitty will raus. Ich habe es nicht so viel Freiheit. Wie ist Katzenheiz tun? Ich warte, bis sie das Fenster wieder zumacht. Jetzt will ich da nicht raus. Ich will die Zeitung lesen. Jetzt will ich hier ein bisschen an den Medaillen kratzen. Jetzt will ich alles andere machen. Kann ich das aus der Tür wieder raus? Kann ich die Koffer anfassen? Kann ich den Hai anfassen? Na gut, dann gehen wir halt raus. Kratz, 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 ich will da rein. Ich habe eine Kugel verjagt. Da können wir gleich rein. Aha. Ungefähr gleich hat jetzt geabkommen. Fugel scheuche. Hm. Auf der Klo. Ah, der legt das Lid auf. Ich habe wirklich genug Probleme mit meinen Emorations. Wenn wir das wissen. Sobald es nicht. Ich meine es jetzt. Kommen wir zu ihm. Die werden wir irgendwie ärgern. Kratz, kratz, kratz. Oh, ein Komik. Oh, Jesus, danke. Kann ich nicht. Ich habe meine Arsch auf dich. Wir müssen auch hier Scheiße bauen. Kann noch zu hin. Aber die Least auf meine Weise. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich kratzen. Kratz. 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 Es gibt vier überall. Was ist das? By the way. Das Name ist Our Order. You really want to know? Yes. In the Egyptian method will be the fields of our heavenly paradise Osiris rules. Do we really want to believe that it's been over the millions to a freaking fairy tale? I'd love to put this into words that do understand. But no such would exist. Amu was our promised land. Is everybody in this house like this? Kann man hier noch was? Scheinbar nicht. Toch kann man nicht. Ich weiß was ist Appropriate Ich habe recorded irgendwas und Statue und Statue und Statue Und Ok, die sind die oder die oder die die Where are you, boy? Where, girl? Where are you, boy? Where came you out of this instance? Your mother is going to, where? Where? was and you are in the trouble Miss Nullis what's wrong well I can't find him senior oh I look for him over at the side of the house ok that guy is young well there is no joke I wait till I find you there is no game a big boy that you should play there we are not yet there is a cat in the spiegel with another cat I am not yet I am not yet I am not yet I am not yet Wednesday November 17 1967 terrible disaster in Russian mines it was reported yesterday that in the catastrophic fire that took place inside the Russian mining co-silver mine which is located in the continental valley of Connecticut many miners lost their lives and many more were reported missing by the associate search parties the experts already described the incident as the most fatal industrial accident of the recent years the owner of the mansion mining co- Mr. Uriel Uriel G.Masin made no comment on the accident so far meanwhile many miners who are still trapped inside the mines shafts and tunnels are suspected to have lost their lives to deserve the carbon monoxide poisoning while the last while the cause of the fire is still unknown our sources points to the fact that nickelians may have paid part in the cast work the 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 ok Ok, ich schätze mal hier nochmal zurück, es ist kein Junk, den kleinen Jungen haben wir doch hier rum gesehen oder? Madame Lyonara, Consultant of the Beyond, you laughed once and never will be gone. Das sind auch die Kisten, waren wir hier schon. Wie langweilig hier. Ich gehe jetzt hier rein. Miss Ellie, have you seen your brother? Will? No. Why? I can't find him. He is probably just chasing our own still cats or something. Well. Where are you no little monkey? Herz ist hier. Und der spielt da nicht. Mhm. Best man can track people in self-managed best-managed objects who belong to them. Wie langweilig es ausschaut. Ich rieche hier was. Aha. Hey hey Kitty. You are spoiling my show. Oh gosh. You little rasker. You know. You know how much you scared us. But I was doing a magic trick Miss Norland. To disappear. You know. Like Uncle Thomas. I want no more silly tricks. No kid will disappear in this house ever again. Not on my watch. You dummy. Wait until tonight. To see who's gonna scare who. He he he. But I got you right. No kid. I go on But I don't know. So long. So. Can you do it all? Wuselige masken. Okay. So long. Wuselige masken. Ok, da kommen wir nicht lang, ok vielleicht, Behold, oh man, Laserpointer, du gehst will solo, und ich commande die Biest, und roten Pointer, muss fangen, roter Pointer, das Loser, Gifar, Espen, es ist noch eine junge Kat, nicht mehr, sie ist eigentlich twice your age, but the way I have something for you upstairs, finally found my desert fighter action figure in the attic, and it's still waiting for General Will's commands upstairs. These are younger, oh, he gets essen, a second pinch of pepper afterwards, oh, lime, please still the dove over there, will you, sure, we can just look here, I don't know, hey, what can we do here, oh man, ich meine, eine Schlange, Espen, no silly thing, nicht lange weg, and I'll go with that, Grüße Schlange, huge Islam, bruin gato I'mather stringen hits flowing, ok, espen, I'm holding the knife in my hands, best Können wir hier irgendwie runter springen oder so? Mal weg Aren't you supposed to be working instead of the bleeding or beer? Aren't you supposed to be what you are doing now? I am acting Acting as I have been doing since a limit Dread the day Acting bar Some here need an occupation Where you don't put on any makeup of sorts Speaking of How is the acting business going? No, it's actually surprisingly good I know with a group of actors in those alarms Don't wanna jinx it but the losers are great On full truffle Full truffle Full truffle Interesting choice of words I am happy to hear this I hope it may Pay the rent Well Excuse me ladies and gentlemen Could you please join me in the libel? Aha Will you read the testament or not? Where is the préfet I love my favos Oha Senor lai I will finish with spears Please No, just non-greens. Excuse me. Mumbo's. Ah, the senorita. Where is Miss Stone's plate? Who knows. I put it there. This is family table. Shannon. My cat is hungry. Now we go back to the library. No, not in the library, but we go back to the library and get something to buy. Meow. What am I supposed to do? Go to my hunger. Excuse me, sir. Could you please move a bit? The cat is hungry. I'm sure, Miss. Very nice. Hang me in there, anyone. This trade will be over soon. Okay. Can we not go back? Okay. Okay. Where are we going? Through the air conditioning. Oh. Oh. What's going on? Go. 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 Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier. Ah. Damn you, Murray. You Cornish-bush-worshiping-prezents-bastards. I look like an idiot who can pluck day and night. They don't look like no chicken to tell me, so. No better, if you know what I mean. And a vicious on that air. I want this winter garden ready by damn winter. So, can you hear me? I really missed a winter with your lazy ass excuse and I want to fucking miss another one. That. I'm just there for two days. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Because of the stuff they can become ghosts. I don't know. Where I would like them. I don't want to find it out. I think Grandpa's shot all this. So schnell kann ich nicht lesen. 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 Ob ich es ausschaut? Die Karte sieht hier keiner. Ich muss eine Spinne jagen. Ich bin ein. 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 Spinner. Ich bin ein. 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 Was. Ich bin ein. Ich bin ein. ob ich es als würde. Und ich bin ein. Ich bin ein. �othes Easy. Wir haben die Demo-Version von Cats and the Other Lives gemacht. Hope to see you again at Quartal 4 2022. Ja, war nur eine etwas längere Demo, aber definitiv werde ich mir das mischtisten. Wundervoll. Tolles Spiel. Die Demo hat mir Spaß gemacht. Das ist das Display. Das kriegt die Version. Ja, mal schauen. Wenn ich das jetzt noch auf Deutsch übersetzt gebe, die Texte, dann könnte man sich das mal geben. Das ist noch auf Deutsch. Ich bin dabei. Okay, ja. Geh mich nach oben. Sonst ich die Feine haben. Lassen Abo da. Neuseits. Und ja, haut rein. Ich habe noch eine miauige Zeit. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Let's Test. Ciao, ciao.